Ich bin, äh, ich war, ja, das tut jetzt nicht zur Sache. Jedenfalls muss ich auf meine kleine Gruppe hier aufpassen. Zieh sie nach, sie sind jetzt nicht unbedingt so alte Knochen wie du und ich. Sei es, wenn sie mal irgendetwas sagen, was dich aufregt oder was dir nicht so in den Kram passt, dann hör einfach nicht hin. Aber ich, ich muss jetzt los, sonst heute andere geht darum, dass wir nicht vorankommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und, äh, wir spielen in Koalys Aventurien, haha. Und, ähm, bitte mit dabei, endlich mal wieder die volle Truppe, auch der Ossi als Astanio Amano zu Jannisberg, der Weißmagier. Wer nennt ihr hier alten Mann? Ich hab nix von alten, alten, also, ich bin ein, ach, wenn das mit ist. Von einem alten Mann zum anderen, äh, Marot ist auch am Start. Das heißt, also, heute geht's hier schon mal gut los, hallihallo, an alle höflichen Leute da draußen. Ich wollte zuerst Kako nehmen, dann ist mir eingefallen, wie jung Kako ist. Hallo Kako, du bist Osko. Ja. Hallo. Ja, gut. Dann, äh, haben wir natürlich auch noch, äh, Sierra am Start, die ist Mora, die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Und Elanor als Elena von Korkum, die Amazone. Rondra zum Große, guten Abend. Sorry, nachdem ich mich jetzt im Kopf und Kragen geredet hab. Äh, ja, ist ja schon wieder eine ganze Weile her. Mein, äh, Skript hier, mein Skript verrät mir, dass wir, Moment, ist das überhaupt? Ah, vielleicht vorbereitet. Wieder einen Monat her ist, seit wir gespielt haben. Und, äh, deswegen wissen vielleicht einige gar nicht mehr, wie, was, was so Sache war. Äh, wir sind immer noch in der Rabenmark. Äh, so sieht sie aus. Und wir sind da in der Hauptstadt, in Altsoll. Und unsere HeldInnen sollen dort den Widerstand, äh, von innen heraus, äh, führen. Während von außen halt das, äh, westliche Heer. Die Stadt belagert und angreifen wird. Und, äh, ja, das Ganze soll halt die Ostrabenmark, die besetzt ist, durch die Nekromanten befreien. Und, ja, den letzten Schlag ausrollen. Wenn die Hauptstadt fällt, ist, denke ich, auch der Sieg nicht mehr weit. Und, äh, ja, bis jetzt sind sie eigentlich ganz erfolgreich. Astanio hat eine alte Freundin, äh, wieder getroffen, äh, der uns sehr einen Kopf kürzer gemacht. Und dadurch den Fluch gebrochen, der auf ihm lastete. Und ist jetzt ein, äh, junger Magier wieder. Eigentlich ein bisschen zu jung für seinen Alter, inzwischen. Aber irgendwas ist ja immer. Das sehe ich nicht als Problem, Mann. Ja, und, ähm, hat halt gemerkt, dass es, äh, hier in Altsal eine, äh, merkwürdige Fluktuation von der magischen Energie der Kraftlinien gibt. Und, äh, ja, hat sich dort auch, äh, hin und wieder bedienen müssen, weil er viel gezaubert hat in der letzten Zeit. Viel zaubert, zaubert hat, zaubern hat müssen. Ähm, genau. Und, äh, Astanio, Mora, Osko und Jandrik sind im Tagunitot-Tempel unterwegs und haben dort halt, äh, äh, Dinge getan und sich in die Katakomben vorgearbeitet. Und dann im letzten Mal den, äh, die, den, ich nenne es mal die Sicherheitsmechaniken überwunden. Nämlich einmal den untoten Golgariten, der als, äh, ja, Verhöhnung von Boron, äh, dort als Wächter aufgestellt worden ist. Und einmal den Albtraumnebel oder die Albtraumdunkelheit, die sie durchschritten haben. Und, äh, ja, das war ziemlich intensiv, glaube ich. Und, äh, da ist es sich der eine oder andere nochmal seinen Ängsten und Albträumen ganz schön bewusst geworden. Und warum die dunkle Mutter auch die, ähm, ja, die Erzdämonin der Albträume ist. Und, ähm, ja, hinter diesem, äh, diesem Sicherheitsmechaniken, ähm, lag ein kleines Labor, eine, eine, eine Bibliothek, wo sich die Eltern ein bisschen ausruhen konnten. Dann sind wir geswitcht zu Elena zurück, die den, äh, Widerstand tatsächlich anführt. Ähm, mit Fackeln und Heugabeln ziehen sie gegen die, äh, gut gerüsteten Stadtwachen an einem, am Haupttor und wollen, ähm, äh, dort, äh, das Tor öffnen, Unruhe stiften. Und, äh, ja, wenn möglich, den Dämonenbeschwörer, äh, töten, damit der Dämon, der in den Toren gefahren, äh, gebunden war, nicht auf die angreifenden Heere losgelassen wird. Das hat so Semi geklappt. Ähm, sagen wir mal so, der wird nicht auf die angreifenden Heere losgelassen, sondern auf Elena. Und, äh, ja, ein, 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 äh, ein Dämonischers, äh, Kampfmonstrum, ein Zand, äh, ist, befindet sich nun im, äh, direkten Zweikampf mit Elena von Korkum, einer menschlichen Amazone, ähm, die auch noch zu allem Umstand, äh, an ihrer Person festgemacht hat, äh, dass die, die, der Widerstand sich überhaupt traut anzugreifen, also falls sie fallen sollte heute, ist, äh, mehr als nur der Charakter in Gefahr, ne, und vielleicht sogar auch der ganze Widerstand. Mal gucken. Wir können ja mal, äh, nene, hier, warte mal, es ging doch hier irgendwie eine, eine Prediction starten. Äh, wie ging das denn noch mal? Manage Pole. Ah, nee, Pole ist falsch. Pol ist falsch. Prediction muss ich machen. Wenn den, äh, äh, man kann es natürlich auch abstimmen lassen, wie es ausgeht. Elena. Den Zand besiegen. Wie, warum kann ich nicht schreiben? Ist es irgendwie? Ups. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kann ich das gerade nicht machen. Keine Ahnung warum. Aber gut, machen wir es halt nicht. Wollte nur mal irgendwie gucken, dass ihr was mit euren Kanalpunkten anstellen könnt. Ähm, jetzt kann ich die Hochzeitsrede zur Trauerrede umschreiben. Na, vielleicht, 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 meistens nicht. Gut, ähm, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was ihr noch wichtig fandet, was zum letzten Mal? Dann, wir geben uns doch direkt mit in, mitten in die, äh, in das Geschehen ist hinein, würde ich sagen, ne? So. Achso, eine Sache noch. Äh, ich bin immer noch, wie man vielleicht hört, ein bisschen krank. Also, falls ich ins Mikrofon husten sollte. Entschuldigung. Gampfes Lärm. Klinge auf Klinge. Klinge auf Holz von Schilden. Schreie. Das Laufen von Stiefeln durch Matsch. Nässe unter Elenas Rücken. In den Schlamm gedrückt, auf dem Boden liegend. Das Gesicht nach oben gerichtet. Das kleine Schild nach oben gehalten. Klein, so klein ist das Schild dir noch nie vorgekommen. Es ist das, was eine Kriegerin schützt im Kampf. Und jetzt ist es das Einzige, was zwischen dir und diesem Monstrum steht, das über dir Stellung bezogen hat. Und dieses unwirkliche Ding, das nicht sein darf. Eine aufrechtgehende Katze mit einem merkwürdig verunstalteten Körper. Ein Säbelzahntiger Gesicht. Und diese Pranken. Und der Geifer. Ein Monstrum aus der Domäne des Gegenspielers der Rondra. Nur dafür geschaffen, zu töten. Dich zu töten. Dafür wurde er heraufbeschworen. Als letzter Auskrieg. Als du auf den Beschwörer eingestürmt bist. Auf den Magier. Den du jetzt nicht mehr im Auge hast. Nicht mehr im Auge haben willst. Denn der Kampf ist alles, was noch geblieben ist. Der mächtige Auftritt, der Pranke des Dämons lässt die Erde ein bisschen erschüttern unter dir. Du hast den Säbel noch in der Hand. Irgendwie. Keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Diese mächtigen Schläge zu parieren. Aber du liegst am Boden. Und das Schild ist das Einzige, was dich schützt. Ein Holzschild. Nicht einmal sonderlich, meisterlich gefertigt. Ein einfaches Schild. Gegen einen Dämon. Und doch krallt sich dein Verstand daran fest. Dass es aushält. Dass es den Angriff standhält. Und dann das Gebet an die Herrin Rondra. Das Stoßgebet. Möge die Herrin der Schlacht. Die Herrin des Kriegs. Die Herrin des ehrenvollen Kampfes. Würdigen, was du hier tust. Und dann der Einschlag. Die Pranke prallt nieder. Auf das Schild. Nicht nur auf das Schild, aber auch zwischen die Arme, zwischen die Beine in den Erdboden. So groß und riesig ist die Pranke, dass sie über das Schild ragt. Du merkst den Aufprall, den mächtigen Aufprall. Du merkst, wie dein Arm sich nach unten beugt und tief in deinen Oberkörper drängt. Aber das Schild, das Holzschild, hält stand. Das Ächzen des Holzes übertönt fast alles. Vielleicht sogar die Schreie der Menschen um dich herum, die dieses Ungetüm ebenfalls sehen und was es mit dir angestellt hat. aber das Schild hält. Und dann merkst du den Druck, der immer stärker und immer stärker und immer stärker wird. Das Ungetüm drückt dich in den Boden. Dann ist der Druck auf einmal weg, als er fast unerträglich wurde, als er fast die Luft ganz aus dem Körper gepresst hat. Auf einmal kannst du Luft holen, nimmst einen tiefen Atemzug, einmal einatmen, und das tut so unglaublich weh. Irgendwas, es muss gebrochen sein, eine Rippe vielleicht. Verdammt. Und dann ist er dieser Schatten, der wieder auf dich herunterfährt. Die Pranke senkt sich ein weiteres Mal. Ein weiteres Mal wird dein Brustkorb das nicht aushalten, vielleicht auch das Schild nicht. Was, was kann Elena noch tun? Sie nimmt noch einen zweiten Atemzug und dann rollt sie sich weg. Sie zieht die Beine an, damit sie an den Füßen, riesigen Füßen des Ungetüms vorbeikommt, rollt sich zur Seite weg, sodass der Schlag, da wo sie eben gerade noch lag, in die Erde donnert. Keuchen steht sie dann auf allen Vieren, auf das Schild gestützt, die Waffe in der Hand und versucht nach Luft zu ringen. Aber es will nicht recht gelingen. Der dritte Atemzug ist mehr ein Husten als seine Luft holen. Elena spuckt Blut auf den Boden. Das Monstrum rammt seine Faust, seine Pranke wieder in den Boden, dort, wo du eben noch zwei Sekunden vorher gelegen hast. Matsch und Steine sprengen zur Seite weg. Das hätte niemand überlebt. Wie du das erste, wie du den ersten Schlag überlebt hast, ist ja ein Rätsel. Dann dreht es den Kopf langsam wieder in deine Richtung. Diese unglaublich großen Säbelzähne werden auseinandergerissen, als ein markerschütterndes Brüllen aus seinem Unmund heraus an deine Ohren dringt. Elena würde ihm gerne entgegenschreien, aber dafür hat sie keine Luft. Sie rappelt sich auf, überlegt, was sie noch tun kann und er fällt ihr ein. Sie hatte damals den Dolch aus Kurku mitgenommen, aus dem Randra-Tempel. Sie schaut auf das, den Säbel, steckt ihn dann fließend weg und zieht diesen kleinen Dolch. Wirkt wie ein Messer gegen diese Katze. aber dennoch. Nicht einmal so groß wie eines der Fangreißnägel an den Pranken des Wesens. Und dennoch ist es ihre einzige Chance, die sie hat, denn eins ist ihr Elena bewusst, dieser Dolch ist Randra geweiht. So stürmt sie dann vor, versucht hinter das Monster zu kommen und jagt ihm den Dolch. in die Wade. Die Schmerzen ignorierend, die im Brustkorb und eigentlich in allen Gliedern herrschen. Elena hat gelernt, Schmerzen zu ignorieren. spurtet sie los über den rutschigen, sumpfigen, fast schon widerlichen Boden hier am Tor. Schlittert im letzten Augenblick ein bisschen zur Seite weg, was ihr Glück ist, denn die Abwehrmaßnahme des Dämones, der seinen mächtigen Hieb in diese Richtung geführt hat, landet dadurch im Leeren. Der Stich gegen die Wade kommt schnell und unerwartet ist die Reaktion. Ist Randra geweiht, das Unwesen muss Rondras Kraft doch irgendetwas irgendwie weichen? Du siehst den Schnitt, wie er durch das dicke Fell hindurchgeht, aber kaum eine Wunde verursacht hat. Hast du einfach nicht genug Kraft in den Schnitt gesetzt? Konntest du es nicht, weil du weggerutscht bist? Oder ist das Ding wirklich so stark, dass es einen Stich mit einem Dolch aushält? Vielleicht hat es eine übernatürliche Rüstung oder irgendeinen magischen Schutz? Wer weiß das schon? Elena hat ein Monstrum, wie er dieses noch niemals gesehen wird, geschweige also gesehen schon, aber nicht bekämpft. Das haben damals bei den Schlachten die Magier gemacht, nicht die Krieger. Die Magier und die Geweihten. Berlina ist voll konzentriert, dieser Gedanke ist nur kurz ein Bild von der dritten Dämonenschlachter durch ihren Kopf geht. Schon ist ihr Blick wieder auf Schwachstellen fokussiert. Da waren auch andere Schnitte. Und wieder der Angriff des Dämons, wieder reißt du das Schild zur Seite, um sie parieren, wirst mitsamt dem Schild wieder von den Füßen gerissen fast, landest mit dem Rücken gegen die Mauer der Stadt, gegen die Stadtmauer, und wieder dieses die Luft, die aus dir rausgepresst wird durch den puren Aufschlag. Und doch kommst du auf beiden Beinen zu stehen, wie auch immer das passiert ist. Das Vieh schaut dich mit grimmiger Grimasse an, brüllt wieder in deine Richtung, als neben dir keine fünf Schritte entfernt eine Explosion die Mauer in Stücke reißt, ohrenbetäubendes Klirren und Flirren in der Luft, ein großer, vielleicht zwei Köpfe großer Stein, der an deinem Gesicht vorbei schießt, den Dämon trifft, der durch die pure Wucht des Aufpralls ein Stück zur Seite gerissen wird, und dann ist da einfach nur dieses klingelnde Ohr, dieses unwirkliche und staubige Nicht-sehen- der Matsch auf dem Boden, der Staub in der Luft und das Klirren und Flirren im Ohr. Elena lehnt an der Wand, es ist wie damals, als der Blitz in die Mauer von Kurkum einschlug. Es ist auch ein Bild, was ihr kurz durch den Kopf schwört vor das innere Auge und dann ist es wieder weg, das Klingeln, das Trönen. Sie ringt noch weiter nach Luft, hat den Dämon fixiert, der da immer noch steht, aber schwer getroffen wurde von dem Stein. Der Dämon baut sich vor dir auf zu voller Größe und während du ihn dann noch so siehst, wie er mit den Pranken irgendwie nach vorne gegen deine Richtung wischt, aber dich nicht erreichen kann, weil er noch nicht in Reichweite ist, hört das Klirren und Flirren in den Ohren langsam auf und irgendetwas dringt an deine Ohren hinter dem Kampfeslärm. Es sind Fanfaren. Es sind Trommeln. dann sind es Glocken, die ertönen aus der Stadt und irgendjemand ruft Sie haben sie getötet! Helena steht immer noch an der Wand fassungslos die Trompeten hören, legt sich an der Wand entlang weg vom Daemon aus seiner Reichweite kommen Schritt für Schritt. Das ist nicht einfach, das Ding ist viel größer, vor allen Dingen die Reichweite und die Schrittreichweite ist viel größer als deine. Rennt in deine Richtung. Neben dir ist das große Loch in der Mauer, das da reingesprengt wurde. Helena überlegt nicht, ihr Instinkt schaltet und sie begibt sich Richtung Mauer, Richtung Bruch in der Mauer, das ist der kürzeste Weg, um dem Dämon auszuweichen. Vielleicht auch der einzige Weg, der Dämon folgt dir, als du durch den kleinen Bruch durch die Mauer stapfst, über dir auf den Mauern siehst du Bogenschützen, die gerade in irgendeiner Panik ihre Bögen gar nicht spannen und schießen, sondern sich irgendwie zu verstecken Schein und dann bist du auch schon auf der anderen Seite der Stadt Mauer. Ja, und Helena drückt sich an die Mauer, will nicht in das Schussbereich der Bogenschützen machen, die sie nur peripher wahrgenommen hat, weil sie schützt mich an der Mauer halten und sie drückt sich an der Mauer entlang weg vom Dämon. Der Boden ist hier ein bisschen ebener, nicht mehr so matschig wie in der Stadt und man hört und man fühlt vor allen Dingen jetzt das Hufgetrappel der anstürmenden Kavallerie. Die Lenas Blick wendet sich tatsächlich mal von der Breche weg, weg vom Dämon, schaut und sieht das anrückende her. Riesige Katapulte hat man aufgebaut. Du siehst jetzt wieder einen großen Stein fliegen oder zumindest sieht es aus wie ein Stein, der vielleicht ein paar hundert Schritt auf der anderen Seite in das Mauerwerk der Stadt einschlägt und eine ähnliche Explosion von hinter nach sich zieht wie das bei dir der Fall war. Ein riesiger Feuerball fliegt auf der anderen Seite gegen die Mauer. Über dir wird es auf einmal dunkel und das Wesen setzt über dich hinweg. Elenas Blick wendet sich wieder zu dem Wesen. Ist es noch in Reichweite oder entfernt er sich gerade? Es ist dabei Richtung her zu laufen. Dich nun außer Acht lassend anscheinend bist du nicht mehr Spielzeug genug. Elene überlegt kurz ob sie noch einen mit geben soll aber irgendwie verlassen sie gerade ihre Kräfte und sie lehnt sich an die Wand mit einem Rücken an die Mauer und lässt sich auf den Boden rutschen. Der Stoß gebet auf den Lippen das Vieh setzt an zu einem großen Sprung knickt dann mit dem Bein wo Elena eben ihn getroffen hat zur Seite weg und es macht ein merkwürdiges knackendes Geräusch und anstatt einen großen Satz nach vorne zu machen knickt der Dämon ein als die erste Reihe der Kavallerie in ihn hinein reitet und Lanzen ihn durchbrechen Lena sitzt einfach an der Wand versucht Luft zu kriegen hat das den Schild losgelassen und atmet einfach nur und schaut sich das Schauspiel an eine ritterliche Figur in schwarzer Rüstung stellt sich dem Dämon entgegen als dieser sich aufbäumt das Pferd greift nach in den Boden in den Dreck zieht was das flehentliche Viren des Tieres die die Reiter der Reiter wird abgeschmissen zieht aber im gleichen Moment ein Schwert ein langes Schwert und stellt sich dem dem Dämon entgegen gemeinsam mit anderen schwer in schwarzer Rüstung gekleideten Kämpfer Elena erkennt hinter ihrer trübe werdenden Blick die Insignien des Golgariten Ordens und dann greift der Dämon nach einem der Angreifer auf dem Pferd der noch auf dem Pferd sitzt der wird vom Pferd geschleudert und landet neben dir an der Mauer verliert seinen Helm im Sturz und bleibt mit blutiger Nase und blutigem Mund neben dir liegen es ist eine Person die du kennst Lena schaut drüber wie Stalias Leibgardist der beste Freund von Jandrick und flucht leise leise sie bewegt sich zu ihm rüber schaut ob er noch lebt er atmet noch er atmet schwer verdammt Junge bleib bei mir sie schüttelt ihn also schüttelt ihn sie schüttelt ihn ein wenig und einige feil salven sind es zwar vor allen dem zwei krieger die den dämon zurücktreiben bis er mit der rücken an der an der stadtmauer sind wie auch immer die das machen sie machen gar nichts viel elena ist ja bekannt und geschult im kampf sie tun nicht viel sie kämpfen nicht besonders meisterlich oder besonders stark sie treiben ihn einfach mit nun hört elena es durch den schlachten lärm mit gebeten zurück an die stadtmauer nun hält sich das der dämon der von jetzt inzwischen von einigen fall salven den lanzen und einigen schnitten der großen schwerter durchbohrt ist die pranken auf die ohren und heult laut auf ich schieb dir recht und elena würde auch anfangen mit leiser stimme zwar aber ein gebet an rondra zu machen und auch irgendwie sich dann noch kraft zu geben und auch um Hilfe zu bitten dass sie rondra die angreifer stärken möge und hält auch mit der einen hand den Kontakt zu jandrecks freund damit er ihr nicht weiß dass jemand da ist zweifelnd versucht der dämon noch einmal anzugreifen einen schnitt in der branke als die als sich die kämpferin verteidigen will denn es sind kämpferinnen die gegen ihn kämpfen wenn es hier wohl der leibwächter von bestalia ist dann wird das wohl bestalia sein die dort kämpft aber wer ist die andere unter dem helm nicht zu erkennen und sie ist es die den letzten schlag führt der das der das monstrum zur seite wanken lässt wieder in deine richtung zurück und nun auf alle viere gestützt das große monströse ungesicht auf deiner höhe elena nimmst nochmal alle kraft zusammen mit einem gebet an ron drauf den lippen nimmt sie den dämon quer über den hals auf nimmer wieder sehen der rondra geweihte dämon zieht hoch du merkst wieder diesen unnatürlichen harten widerstand erwartest gar nicht groß dass der dämon eine wunde hinterlässt aber irgendwas ist geschehen während deinem letzten streich und diesem streich denn dieses mal dringt der dolch merkwürdig tief ein in das gesicht des und tiers und wie so schnell wie es gekommen ist aus dem merkwürdigen portal so schnell verschwindet es auch eine eklig schweflige gelbliche übelriechende dampfwolke hinterlässt es mehr nicht ja elena elena muss wirken aber es tut so weh deswegen kommt dann schlussendlich doch nichts und sie begibt sich wieder an die maur lehnt sich wieder an und sucht den Kontakt zu jandrigs freund noch mehr kämpfer rennen an strömen durch den durch die bresche die geschlagen wurde an dir vorbei in die stadt während die eine gerüstete gestalt ihren helm auszieht und elena die hand reicht elena blickt in das gesicht einer frau ohne haare mit einer glatze eingefallene gesichtszüge tief in den schädel gesunkene schwarze dunkle augen woran drea woran zum große kannst du gehen ja aber er braucht definitiv auch hilfe und elena deutet auf das war erst der anfang wir müssen weiter ja ich glaube ich brauche erstmal einen heiler die anderen keine zeit für heilung weißt dich zusammen ja ich werde sehen dass ich euch noch unterstützen kann so wie ich kann die rappelt sich auf und tritt an der seite von bestalia und borondria wieder durch die bresche in die stadt zurück gefolgt von dem hinkenden leibwächter wo bestalia sich mehr auf sein schwert stützt als es nach oben zu halten lena führt die leute sagt so da drüben ist die zitadelle der drachen gardesten die anderen sind im tempel ich weiß nicht wie es um sie steht die erste blick von elena über das schlacht geschehen hinter der bresche lässt sie ein bisschen mit einem frage zeichen zurück denn deine truppen die du angeführt hast scheiden die oberhand gewonnen zu haben als die ersten krieger durch die bresche gespurte sind trotz des untiers und der angst die es verströmt hat irgendetwas ist geschehen dass die verteidigenden truppen so aus der fassung gebracht hat vielleicht der angriff dass sie dem ansturm von beiden seiten nun fast keinen widerstand mehr leisten einige drachengardisten knien schon auf den boden haben die Hände erhoben haben sich am aufgegeben kämpfen gar nicht erst weiter wenn du nach oben blickst die bogenschützen haben auch die Hände erhoben und keine Waffen mehr in der Hand das ging ja fast einfacher als gedacht naja vorwärts sollten schauen dass wir den Rest des Rates erledigen und den Magier auf der anderen Seite vom Tor denn dort ist die Gerüchte zufolge noch ein Kampf Dämon stationiert also zieht eure besten Männer zusammen ich glaube den habt ihr gerade vernichtet gab es nicht zwei naja gehen wir mal in den Tagunitot Tempel beziehungsweise in die Katakomben des Tagunitot Tempels hinab eine Bibliothek könnte man sagen ein Labor vielleicht in der euch befindet Mora du streift die Bücherregale und lässt wahllos ihre Hand über die Schriftstücke gleiten sie zieht ein paar hervor und versucht etwas zu lesen was ist das hier alles wofür und dann blickt die Frage zu Astanio doch der blickt mit trüben Augen zurück da zu den anderen Astanio atmet tief und schwer versucht sich auf die Kraftlinie zu konzentrieren aber irgendetwas entzieht der Linie hier an diesem Ort Kraft so dass es unglaublich schwer ist sie anzuzapfen aber dennoch ist die Trübung in den Augen ganz langsam verlässt sie Astanios Blickfeld ein leichter eine leichte Irritation im Blick schon hinterlassend aber zumindest kannst du wieder Umrisse und Schämen und Gesichter wahrnehmen irgendwas irgendwas blockiert hier die Linie Moral entdeckt leichtes wie Elektrizität wie kleine Blitze die sich zwischen Astanios Fingern bewegen und er das sagt da muss der Stein hier irgendwo sein wenn er der Kraftlinie die Energie entzieht sehen wir können wir sich durch dieses Ding sehen wo der Stein ist du meinst das Monoke ja Mastanio gräbt in seinen Taschen und holt einen kleinen Stein hervor und guckt da durch der Raum ist angefüllt mit Magie aber der Magiefluss wenn du dich konzentrierst bewegt sich tatsächlich von hier weg hinter eine dieser Mauern da wo das große Bücherregal dran steht Jandrick Osko rück mal das Regal da weg das ja das ok Jandrick Osko ebenfalls gut drei drei ja viel einfacher als erwartet schiebt das schwer aussehende Regal zur Seite und entdeckt tatsächlich einen Durchlass hinter dem Regal das in einen dunklen weiteren Raum führt die Linien gehen da rein gut dunkel Gehalt gehabt für heute aber lass uns durch wir haben keine Wahl Jandrick hat wieder das Schwert in der Hand und geht als erstes hindurch als du hindurch trittst passiert etwas eigenartiges denn mit der Überquerung der Fürschwelle beginnen leichtes glimmen an den Wänden als ob jemand irgendwie ein Licht angeschaltet hätte grünlich flirrendes Licht habe ich eine Falle ausgelöst schaust dann dir herunter keine Pfeile die in dich eingeschlagen sind das grüne Licht erleuchtet diesen ovalen Raum und es sind mehrere Dinge die hier eindrücklich sind es ist ein großer Sarkophag aufgebaut ein steinerner Sarkophag in der Mitte des Raumes dessen Deckel geöffnet ist hinter dem Sarkophag ein kleines Pult aus Stein auf dem ein merkwürdig faustgroßer Edelstein prangt und hinter ich bin noch nicht fertig und hinter diesem Steinpult ein in den Boden eingelassenes goldenes Pentagramm auf dem Boden und es leuchtet grünlich das gefällt mir gar nicht kommt schon Astanio du musst das sehen wenn du sehen kannst Astanio drückt sich wahrscheinlich nicht der hat schlussig gebildet hinter wie auch immer als vorletzter war hindurch Mora würde aufpassen auf ihn dass er wirklich keine Falle mit seinen Füßen auslöst und den ein bisschen am Arm nehmen und mit in diesen Raum führen also der Stein da das ist das was wir kaputt machen müssen das Pentagramm da wird wahrscheinlich irgendeine Schutzfunktion sein welche kann ich gerade nicht sagen kannst du sie abstellen diese Schutzfunktion OT Frage hat Astanio irgendeine Ahnung was das überhaupt ist damit er überhaupt probieren kann da was zu tun oder ist der genauso planlos wie alle anderen möchtest du einen Zauber sprechen um es zu analysieren okay jetzt muss ich den Zauber wieder raussuchen das war der Arcana Struktur ne mhm ja ja Ich finde den Zauberer lässt sich nicht mehr Koali. Stanyo konzentriert sich, fließt die Augen. Macht eine kleine Handbewegung und flüstert ganz leise Analyse, Arkans Traktur. Und als er die Augen wieder öffnet, hat er einen klaren Blick auf die auf seine Umwelt, die magischen Matrizen und sieht eindeutig, dass dieser Stein mit Magie aufgeladen irgendetwas tut, aber der Zauber ist dir unbekannt. Anders magisch aufgeladen ist das Pentagramm auf dem Boden daneben. Hier entdeckst du einen Zauber, den du eindeutig kennst. Zwar nicht in dieser Art, wie du es hier vorfindest, aber du siehst eindeutig eine starke magische Struktur eines Transversalis, eines Teleportzaubers. Was genau der Stein macht, der irgendwie in Verbindung mit diesem Tinta-Pentagramm ist, kannst du nicht sagen. Du weißt nur, dass irgendwie die beiden in Verbindung stehen. Und die dritte magische Energie, die du siehst, ist im Sockel des Steins, also dem Sockel unter dem Stein. Da befindet sich irgendwo ein, eine Art Schlüsselloch. Und auch da ist eine magische Verbindung zu dem Stein. Okay. Das Pentagramm scheint einen Teleportationszauber zu beinhalten, ist verbunden mit dem Stein. Unter dem Stein im Sockel ist ein Schlüssel, eine Art Schlüsselloch. Okay. Teleportation? Also Teleportation ist, dass du dich von Punkt A zu Punkt B bewegen kannst, ohne dahin laufen zu müssen. Osko. Ah ja, weiß doch jeder, klar. Asadion vertrete ein bisschen die Augen. Also, sollten wir versuchen, den Stein zu berühren, verschwindet er einfach? Ich glaube eher, dass dieser Stein die Magie zu diesem Teleportationszauber freigibt. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass man durch dieses Teleportationsding steigen muss, um einen Art Schlüssel zu finden, der in dem Sockel eingelassen werden muss, oder unter dem Sockel. Das ist meine Theorie dahinter. Das heißt, dieses Pentagramm, das bewegt Leute fort? Richtig. Zu einem unbestimmten Ort. Das kann von bis zu den Niederhöllen gehen. Dann sollten wir auf keinen Fall darauf gehen. oder bewegt es Dinge dorthin und sie weist mit dem Finger auf das Pentagramm. Das kann natürlich auch sein. Zu einem Pentagramm, zu einem Teleportationszauber gehören immer zwei Punkte. Das heißt, du kannst von A nach B, aber auch von B nach A dich herüber teleportieren. Das heißt, entweder soll etwas von hier woanders hin oder etwas soll hierhin kommen. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass es eher so ist, dass es etwas hierher kommen soll, um diesen Stein zu beschützen, wenn ich ehrlich bin. Also in dem Moment, wo wir da irgendwas auslösen, kommt hier so ein Dämon an. Sehe ich das richtig? Das kann passieren. Oder Magier oder Taguli, Gott selbst und wir aus irgendwas, ja. Okay. Aber was jetzt? Also, mir ergibt es sich nicht ganz, was sich mit diesem Schlüsselloch dort unten auf sich hat, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich gibt es einen Schlüssel. Und das Tadio schaut sich so herum. Und was ist, wenn wir den Christall einfach zerstören? Ich gehe stark davon aus, dass die magische Welle, die dadurch dann entsteht, eben den letzten Beschützer hier herholt. Das heißt, wenn wir das Ding, ich habe, es kann natürlich sein, dass im Schlüsselloch dort unten, der ist nämlich auch mit dem Stein verbunden, dass das so eine Art an Ausschalter ist, vielleicht. eventuell, wenn ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Was ist ein Ausschalter? Im Grunde kann es sein, dass das einen Magiefluss kappt zu dem Pentagramm. Aber genau das wollen wir doch. Oder? Ich kann es nicht genau sagen. Es ist eine Theorie. Ich kann hier nicht meine Hand ins Feuer dafür legen. Wir könnten auch irgendeine Falle auslösen. Wie gesagt, mir ergibt es diesen, diese Schlüssel so noch nichts. Mora würde wie eine Katze um diesen Kristall herumgehen und sie würde peinlich, penibel darauf achten, ihn nicht zu berühren, würde aber Augen und Ohren offen halten, ob sie bekannte Fallen daran identifizieren kann. irgendwelche Drähte, die gespannt sind, irgendwelche losen Steine, irgendwas, was sie kennt und nichts mit Magie zu tun hat. Nein. In der Zwischenzeit wird sich Oskar umschauen, da Asthanio einen Schlüssel erwähnt hat, würde Oskar mal einen Schlüssel suchen. Wenn da noch Regale sind oder Schubladen, würde er die aufmachen und schauen, ob da irgendwelche Indizien sind, was das auch mit diesem komischen Symbol auf dem Boden zu bedeuten hat. und dem Sarkophag. Ja, Sarkophag, wenn du herumschaust, siehst du eine Inschrift für meine geliebte Madalena. Ja, meine geliebte Madalena. Liebte? So steht's da, für meine geliebte Madalena. Wenn ich mich recht ins... Verdammt, ich weiß, wo wir sind. Das hier ist die Grabstätte von der Frau von Boron Streiter. Was? Frau von Borons Streiter? Wer ist Borons Streiter? Aus unseren Träumen? Du blickst in fragende Gesichter. Ich will den Namen selber raussuchen. Bin mir auch gerade unsicher, wen du meinst. Aber gut. Naja, den großen Magier, der uns verraten hat. Lukadus von Kemet. Danke. Achso. Lukadus. Dessen Frau ist gestorben. Er wollte die Frau wiederholen. Das ist das, was die ist. Er ist der verlorene Streiter von Boron. Das hier ist ihr Grab. Oder ihr Sankofag. Was mich eher interessiert, warum ist dieses Scheißteil leer? Verdammt. hatte sie eventuell schon wieder erweckt? Oder hat es vor? Ja. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Kinder damit irgendwas zu tun haben? Kann ich noch gar nicht denken. Und mir macht es Sorgen, wo dann wirklich dieses Petagramm hinführt. Weil dann sind die Niederhüllen gar nicht mal mehr so unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. aber und deswegen ist er verschwunden. Der wird da durchgegangen sein. Er ist also nicht weggeritten, sondern er ist durch das Portal, dieses Pentagramm gegangen. Und deswegen ist er so weg, dass Daniel schnipst mit den Fingern. Das heißt, er hat seine tote Frau mitgenommen und der zapft die Magie, die hier herrscht, an und bringt sie weg, durch dieses Tor und Moa zeigt auf den Boden, auf das Pentagramm. Und wo bringt die Frau und die Kraft hin? Und warum muss er an einen anderen Ort dafür? Ganz einfach, dem wird klar sein, dass das Ding hier überrannt wird. Und bei dem ersten Anzeichen dahin, dass sein Wiedererlebungsprojekt in Gefahr geratet, ist er abgehauen. Und mir geht das nicht einfach überleben, ich habe die Vermutung, dass wir durch dieses Pentagramm müssen. Wir brauchen ihn. Schon vergessen? Er ist der Einzige, der es schafft, bei uns zum Sieg zu führen. In dieser komischen Träumerei, von der wir immer noch nicht sicher sind, ob sie nicht von irgendwelchen Dämonen uns gesendet wurde. Oder nehmen wir die jetzt mittlerweile für bare Münze? Osko, das ist dein Thema. Das ist definitiv geweihten Kauderwelsch. Und Astanio guckt sich dann weiter die Magieleiter an. Ja, Jandrick schaut nun Osko heraus. Was auch immer wir jetzt aus diesem Traum treuern wollen, was nicht, aber unser Ziel haben wir immer noch vor Augen, Astanio. Unser Ziel ist jetzt erst einmal der Stein und dass diese Stadt erobert werden kann. Passiert irgendetwas, wenn wir diesen Stein berühren oder beschädigen? Wenn wir ihn beschädigen und zerstören, ist das Pentagramm zunichte. Das definitiv. Das würde ich sagen. Die Frage ist, und die andere Frage ist, reicht es aus, nur den Stein zu zerstören, um diesen Krieg zu gewinnen? Ich glaube, Osko fragt nach diesen unzähligen Untoten, die hier unter der Stadt lauern, diese Reserve an Leibern. Und naja, die kann den Kampf, also fällt die weg, gewinnen wir den Kampf durchaus, würde ich gewinnen. Wir gewinnen die Schlacht, aber gewinnen wir den Krieg? Also sollen wir in das Portal steigen? Das ist nun die Frage, die ihr beide klären sollt. Wir sind hier hergekommen, um dieses Ding da kaputt zu machen, weil du gesagt hast, dass es irgendwelche Energien bündelt und sobald wir das machen, könnte die Armee hier besser angreifen. Das war der Auftrag oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Nein. Nein, richtig. Das sehe ich genau so. Unser Auftrag war nicht, in irgendwelche Hirngespinste uns zu verstricken und in irgendwelche Portale zu steigen, von denen wir keinerlei Ahnung haben, wo sie enden könnten, um dann was auch immer zu machen, wegen irgendeinem idiotischen Traum. Richtig? Unsere Auftrag ist es, den Stein zu zerstören. Diesen Stein da, genau. Aber dieser idiotische Traum ist der, den auch du hattest und die eure Eminenz Borondria. Und alles, was wir haben, das habe ich ganz bestimmt nicht vergessen, aber was ich auch nicht vergessen habe, ist, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, um was es wirklich geht. Das stimmt, wir haben nie das ganze Bild. Das ist genau das, was ich meine. Also lass uns mal in dieses Portal da steigen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe jediglich die Optionen aufgezählt, was wir am Ende tun, würde ich demokratisch abstimmen. Mora holt die Schleuder aus ihrer Jackentasche und in das kleine lederne Band legt sie eine metallene Kugel, spannt sie und zielt auf den Kristall. Und wenn nicht irgendwer losschreit, lässt sie das Band los und die metallene Kugel schnellt auf den Kristall. Und prallt von dem Kristall ab. Das hat uns jedenfalls nicht umgebracht. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das so einfach gewesen wäre. Naja, ich dachte, vielleicht ist irgendeine Falle damit verbunden, wenn man das Ding berührt oder es berührt wird. Und sie sammelt die metallene Kugel wieder vom Boden auf, tritt dann an den Kristall heran und betrachtet ihn nochmal eingehender. Nicht anfassen. Okay. Gut. Also, was machen wir dann jetzt mit diesem Ding? Wir könnten das mitnehmen, oder? Bloß nicht. Warum nicht? Wird Brondria nicht wissen, was du tun musst? Äh, gute Idee. Oder irgendein anderer Magier, Magie weiter. Dafür müssen wir es halt anfassen, nicht wahr? Nicht zwingend. Oslo kramt in seiner Tasche rum und holt so ein großes Tuch hervor. Ich weiß nicht, wie das mit Magie funktioniert, aber wenn nur der direkte Kontakt es auslöst, wickeln wir das Tuch drum herum. Dafür müssen wir ihn nicht anfassen. Du kannst versuchen, ihn zumindest mal von diesem Sockel zu heben. Ich würde vorschlagen, dass die anderen sich in Richtung Tür begeben. Okay. Und Osco, ich hoffe, du hast schnelle Füße. Nun, ich bin ziemlich leichtfertig, das kriege hin. Ja, und Osco faltet dann dieses etwas längliche, ungefähr so einen halben Schrittbreite Tuch einmal in der Hälfte, positioniert schon einmal so um den Stein herum und würde dann nur die Enden dieses Tuchs halten, dann so das Tuch unter den Steinen schieben, wenn er auf dem Sockel liegt und dann versuchen das mit dem Tuch hoch zu heben. Ja, der ist ziemlich schwer, aber schaffst den Stein von dem Sockel irgendwie ablöst, das ist so ein mechanisches Ruckeln. Osco hält immer noch die beiden Tücher, probiert den jetzt auch ins Tuch einzuschlagen, geht dann ein paar Schritte zurück. Hört ihr das auch? Noch einen Schritt nach hinten. Ist das jetzt die Falle? Noch so weiter? Ich gehe, also ich drehe jetzt nicht den Rücken zu, weil ich weiß nicht, ob das hervorspringt oder so. Ich achte darauf, dass jetzt nichts aus den Wänden kommt, irgendwie Armbrustbolzen oder was weiß ich. Ich würde Folgendes vorschlagen, also wenn wir das Ding wirklich zerstören wollen und nicht dieses Ventegram benutzen wollen, dann sollten wir das Ding hier zerstören. Das sagst du mir jetzt, wo ich das Ding in den Händen halte? Woher soll ich denn wissen, dass da eine verdammte Mechanik dahinter ist? Ich sehe nur die magischen Linien, nicht irgendwelche komischen Seile. Wie würde man es denn zerstören? Das war ja die Frage, deswegen haben wir es ja mitgenommen, weil wir keine Ahnung haben, wie es geht. Wenn du weißt, wie es geht, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, damit rauszurücken. Ich habe keine Lösung dafür. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist ein Feuerbäll draufzuschmeißen. Ich glaube aber nicht, dass ihr das wollt, während ihr im Raum sitzt. Nicht in geschlossenen Räumen, nicht in geschlossenen Räumen. Das hatten wir das Thema. Jetzt wo Oskur den Stein vom Sockel entfernt hat, ist Oskur mit seinem Monockel eine merkwürdige Veränderung aufgefallen. Denn auf einmal ist die magische Energie, die in dem Portal verschwunden ist gerade, ist quasi andersrum. Also aus dem Portal heraus strömt gerade magische Energie. Oh, Scheiße. Was denn? Was ist denn los? Die Magie hat sich umge... Es kommt jetzt aus dem Portal raus und ich geht nicht mehr rein. Was heißt das? Ich glaube, wir haben gleich Besuch, Leute. Aber ich dachte, man müsste es denn jetzt... Okay, dann raus hier, los, Osko! Ja, Osko dreht sich um, weg. Ich sag, seid ihr wieder in der Bibliothek. Verdammt! Also, Osko schlägt, das... Wir rennen raus gerade, oder was? Ja. Wenn ihr wieder noch weiterlauft, dann seid ihr wieder in diesem dunklen Nebel drin, ne? Gibt's noch irgendeinen anderen Weg hier raus? Astrali schaut so halb mit seinem Eim Auge und dem anderen im Dunkel über einer Eim Auge gefunden. Osko schlägt einmal ganz kurz das Tuch auf und guckt immer so den Stein an. hat der Splitter oder sowas? Splittert der gerade oder ist er irgendwas zu erkennen? Hat er sich verändert? Er hat sich nicht verändert, ne. Da ist noch eine Brettertür, wo ihr noch nicht geguckt hattet. Ja, da renne ich hin. Astrali hinter rein. schlägst die Tür auf und siehst so eine kleine Kammer, irgendwie so ein Bett steht dort und ein Schreibtisch mit aufgeschlagenen Büchern, irgendwie Schreibzeug. Einige Folianten liegen auf dem, auf so einem Sekretär, wie so ein privates Zimmer, so eine Truhe mit Kleidern drin, die offen steht, irgendwie ein Schrank, ob hier jemand gelebt hätte. Kein weiterer Ausgang. Sackkasse, wir müssen zurück durch den Nebel, wir haben keine Wahl. Nein, nicht durch den Nebel, wer weiß, was dieser Stein und der Nebel in Kombination mit uns machen. Was? Wenn das Ding... Hast du eine bessere Idee? Dann doch hier kaputt machen, aber wie? Osko legt den Stein erstmal auf irgendeinem Tisch ab. Er legt den ab und guckt dann selber nochmal in den Raum hinter der Brettertür rein. Alternative wäre, wir werfen dieses Ding jetzt wieder in den anderen Raum und dann wirft Astanio seinen Feuerball. Astanio ist gar nicht mehr Teil des Gesprächs, der ist nämlich in den Raum, wo diese Schlafzimmer gegangen ist und hat dieses Buch angeguckt, was da offen auf dem Schreibtisch liegt. Und nimmt wahrscheinlich so eine Fackel oder was immer liegt, spendet da und versucht. Astanio, wo bist du? Astanio? Hier drinnen! Bücherzohn. Schaut rein, die Augen werden groß. Astanio, hast du das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Bücher zu lesen? ich hatte noch nie das Gefühl, dass es einen richtigeren Zeitpunkt gab, als Bücher zu lesen und wenn du mich jetzt weiter störst dabei, damit wir vielleicht rausfinden können, was das überhaupt für ein Ding ist, damit wir es zerstören können. Ich will nicht wissen, was es ist, ich will es kaputt machen. Und um das rauszufinden, müssen wir auch wissen, was es ist. Und Astanio versucht, irgendwas in diesem Buch zu finden, ob da irgendwas über diesen Stein steht. Du blätterst irgendwie und überfliegst die Zeilen, es scheint sich so eine Art Tagebuch zu handeln von Locados, von Kemet. Merkwürdige Gedanken, die er niederschreibt, du merkst, du liest die Gedanken eines zutiefst erschütternden Mannes, dessen Herz gebrochen ist, weil er die Liebe seines Lebens verloren hat. Du liest von dem Hass auf den Totengott, der seine Frau zu sich genommen hat. Er spricht von Verrat und du liest, wie er sich Tagunitot zuwendet als natürliche Gegenspielerin, wie er einen Pakt mit ihr schließt, um seine Frau wiederzubekommen, aber auch von der Enttäuschung, dass Tagunitot ihm seinen Wunsch nie wirklich erfüllt hat, sondern sie einfach nur zu Unleben wiedergeholt hat. Das, was er nicht wollte, er wollte seine Frau wieder. Aber nun gefangen in einem Pakt mit einer großen Dämonin beginnt Lucados von Kemet seine 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 Möglichkeiten abzutasten. Du liest davon, wie er recherchiert, sich in Studien zurückzieht, Verbündete sucht, Macht gewinnt, um sich bringt, aus der Borbarat Krone, den vorher der untote Drache Razzazzor bei sich trug. Dadurch eine große Macht Tagunitots ihm zuteil wurde, aber auch dieser Splitter konnte ihm seine Frau nicht zurückbringen. Vielleicht ein Tauschgeschäft, den machtvollen Splitter gegen das Leben seiner Frau, aber auch das eher nur einen Strohhalm. Dann der Seelensammler, der in sein Leben tritt und ihm ein eigenartiges Angebot macht. Wissen gegen Gegenleistungen. Er sollte diesen Stein, diesen Splittersteine erschaffen. Kein Problem für jemanden, der die Magier dieses Landes kontrolliert. Eigenartig. Der Seelensammler scheint gegen seine Herrscherin zu handeln, handeln zu wollen oder irgendetwas im Schilde zu führen. Aber Lucardus ist es egal, was er im Schilde führte. Das Einzige, was dieser Mensch sieht, ist, wie er die Liebe seines Lebens wiederbekommt und wie er den Pakt mit Tagunitot zu seiner Rache wieder brechen kann. Und dann liest du immer wieder die Prophezeiungen vom Orakel der Nacht, die er öfters aufschreibt. Einen angefangenen Brief, den Anerissiert an Borondria Erinnerst du dich, als wir Seite an Seite die Truppen mal anfachs zurückschlugen, erfüllt von heuchlerischer Gewissheit, den Willen des Unergründlichen zu erfüllen und ihnen den Zugriff auf das Orakel zu verwehren? An diesem Abend offenbarte es sich uns in seiner Prophezeiung und heute bin ich hier, um das Orakel Lügen zu strafen. Der Rest ist unleserlich. Eine Seite weiter, merkwürdige, für Astanio vielleicht lesbare, aber du weißt ganz genau, wenn das Jandrick in die Finger bekommt, wird er es als Ketzerei abtun. Einst waren dort mehrere Totengötter, drei an der Zahl. Sie kämpften um die Vorherrschaft über den Tod. Boron gewann, aber nicht durch Waffen, sondern durch eine List. Boron gab sich selbst auf, machte sich klein, gab Macht ab und sperrte seine eigene Kraft, seine Kraft, die er außerhalb des Todes besaß. Und Boron ist nun mal nicht nur der Gott des Todes, sondern auch der Gott des Vergessens. Boron sperrte die Kraft des Vergessens ein in ein in ein Gefäß, ein lebendes Gefäß, was zur richtigen Zeit wiederkommen würde, um als Waffe zu dienen gegen die anderen zwei Todesgötter. Im ersten Kampf setzte er dieses Vergessen ein und alle vergaßen ihren Kampf und Boron obsiegte und herrschte über den Tod Absaat. Und nun brennt der Kampf wieder auf, ein Gott schon geschlagen, der orkische Totengott. Nun nur noch ein Zweikampf zwischen Tagunitot und Boron. Die Waffe Borons muss sich irgendwo auf Dere befinden, in einem Körper. Prophezeiungen von einer Gestalt, die man die Tränenlose nennt. Ein Mensch geboren nur um für Boron zu sterben. und ihm die Kraft über das Vergessen wieder zu bringen. Ein Mensch, der auf die Welt kommt, mit der einzigen Aufgabe zu sterben für das Vergessen. Wie mag das wohl sein, ob dieser Mensch wohl weiß, um ihre Aufgabe, um seine Aufgabe, die Tränenlose. Gewissheit über den Tod, über das Vergessen. Lukadus ist besessen davon, die Tränenlose zu finden, auch wenn er wenig Anweisungen und wenig Möglichkeiten hat. Alles, was ihn antreibt, ist sein Hass auf Tagunitot und sein Hass auf Boron und auf alle göttliche Kraft. Astanio kann das gut nachvollziehen, seinen Hass gegen die Götter. Es ist fast so, als würdest du Gedanken von dir selber lesen, nur, dass sein Hass sich gegen Boron und Tagunitot richtet und Deiner sich gegen gegen den Götter fürsten. Dann eine weitere Entdeckung, die er macht. Das Kind muss aus dem Geschlecht der von Mersings kommen. Wie eigenartig. Gerade die Adelsfamilie, die sich Boron verschrieben hat. Wie einfach. Und doch passt die Beschreibung auf keines der Kinder, das Locados kennt. Vielleicht ein Bastard? Und dann läuft Locados die Zeit davon. Seine alte Freundin Borondria fällt ein. Sie hat keine Ahnung von dem, was er macht. Sie denkt immer noch, hätte sie alle verraten, aber das hat er gar nicht. Nicht wirklich. Boron hat ihn verraten. Und nicht umgekehrt. Und am Ende wird sein und der Auftrag des Seelensammlers den Sieg über Tagunitot bringen und seine Frau wieder zum Leben erwecken erwecken. Alles, was er dafür braucht, ist die Tränenlose. Die Tränenlose soll nicht für Boron sterben, sie soll für ihn und für seine Frau sterben. Und mit der Kraft, die in ihr gebunden ist, lässt er den Tod seiner Frau vergessen in die Welt. dadurch wird Boron nicht siegen. Tagunitot aber auch nicht, denn sie wird den Pakt verlieren. Er selbst wird das bekommen, was er braucht. So die kurze Zusammenfassung. Dann findest du eine Wegbeschreibung. Kraft wird benötigt. für das Ritual. Ein Ort der Macht. Wo könnte man das tun? Die Orte der Macht sind meistens erfüllt von Magierakademien, die dort aufgebaut sind, oder Droiden zirkeln. Aber dann findet Lucardus einen Ort, den er Al-Zul nennt. Lang vergessen, weil seine Macht korrumpiert ist. seine Macht abgezappt ist. Niemand seine Macht mehr kennt, seit Borberat die Düsternis über die Ostrabenmark gebracht hat. Der Dämon im Todeswall hat die Kraft als Suels genutzt, um zu leben. Wenn jemand diesen Dämon töten würde, wäre die Macht wieder frei. Aber wer würde sich sowas schon trauen? Als ich als das durch liest, Al-Zul also und die Tränenlose. Während dieser ganzen Zeit sagt Osko in diesen Räumen nach irgendeinem Gegenstand, der groß ist und schwer ist, wie ein Hammer oder sowas. Weil während Asano dann liest und liest und liest, kann Osko nicht einfach stehen bleiben und gucken. Er wird irgendein Hammer suchen. Findest du Hammer. Asano findet auch noch eine Ritualbeschreibung für einen Teleport-Zauber, der so ähnlich ist wie das, was du da siehst. Du siehst auch dann zwei Zauberkomponenten. In der Stein ist ein Fokus, so wie du das liest, der das Portal mit Energie speist. Wenn der Stein weg ist, ist das Portal weg. Was man nach Astanio nach allem, was er überflogen schnell gelesen hat, zu folgenden Schlüssen bringt. Erstens kann man ihm nicht mehr folgen, müsste zu Fuß irgendwo nach Als-Sul, wo auch immer das liegt, kreisen. irgendwo in der Ost-Raben-Mark muss es sein, aber wo genau weiß Astanio nicht. Und das zweite wäre wohl, dass dann der Fokus des Steins fehlt und die Kraft Als-Suls unfokussiert durch die Ost-Raben-Mark läuft. Die Kraftlinie würde sich verschieben. Wohin und was das für Auswirkungen hat? Keine Ahnung. Die Kraftlinie ist schon seit so vielen Jahrzehnten gebündelt, eist an den Todeswall jetzt durch diesen Stein. Aber was passiert, wenn der Stein weg ist und die Kraft ungebremst fließt? Was macht das, wenn eine jahrzehntelang aufgestaute Macht auf einmal entfesselt wird? Und was würde das für das Ritual bedeuten, was Lukadus dort macht? Asano liest so die letzten Zeilen schaut so ein bisschen gerade nach gegen die Das ist ein Riesenhammer. Redet sich einmal um die Ich habe einen gefunden. Der müsste gehen. Das ist ein Steinpickel. Salz nicht verdammt. Was ist denn? Ich verstehe nichts mehr und Jandrick verstehe ich auch nicht mehr. Mir hat es auch die Sprache verschlagen, ja, aber warum denn geht es auf einmal? Ich verstehe es nicht. Wir haben Scheiße gebaut von Anfang an. als diesen Wall kaputt gemacht haben. Oder Stadio erklärt mal alles, was er jetzt gelesen hat. Bis hin dazu, dass der Stein jetzt im Grunde den Wall ersetzt. ist der ja nicht wirklich ersetzt, aber was ähnliches macht. Moment, erst mal die Mauer mussten wir zerstören, sonst wären wir hier nicht reingekommen. Wir konnten aber nicht woher hätten wir das wissen sollen. Gut, dass der Stein doch da vorne liegt. Erinnert ihr euch daran, dass der Seelensammler euch gesagt hat, dass er genau das tut, was er tun soll? Aber das heißt jetzt, wir haben es schon kaputt gemacht, indem wir den Stein von dem Sockel gehoben haben? Wir haben das Portal kaputt gemacht. Okay, ja. Aber du hast gesagt, wir können ihm doch eh nicht folgen. Was ist, wenn wir den Stein wieder zurücklegen? Meinetwegen, Hauptsache, wir tun hier irgendwas. Ist die ja mir schon da? Und Oslo greift das Tuch, schlägt das wieder um den Stein und geht in den anderen Raum. Kommt ihr jetzt? Ich bin raus, ganz ehrlich. Ich auch, einfach mitkommen. Okay. Ja, Jandrick folgt sehr unsicher. Und ihr haltet das wirklich für eine gute Idee? Nein. 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 Und wir tun es trotzdem? Ja. Anscheinend. Ich wäre dafür, das Ding kaputt zu klappen. Ich auch. Ich bin auch dafür. Aber dann kann nur sein, dass die ganze Welt in die Luft ist. Astranio doch gesagt. Astranio zeigt auf Mora. Endlich wer das kapiert hat. Ich verstehe das schon, aber es hieß doch, wir müssen das kaputt machen, weil sonst ist diese Stadt nicht einnehmbar. Das hast du gesagt. Das ist auch so. Das ist genau das Problem, vor dem wir gerade stehen. Vielleicht können wir es von der anderen Seite dieser Tür stoppen. Ja, was geht durch dieses Portal? Bleibt uns was anderes übrig? Ich würde ganz ehrlich so. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass Lukados diese Tränenlose in die Hände bekommt. Weil egal, was er da mit ihr macht, das ist okay. Aber sind wir uns alle, wir sind uns doch jetzt alle einig, dass wir alle inklusive mir keinen Plan haben, von dem, was wir jetzt tun sollen. Nach den Aufschriften hat er die Tränenlose schon gefunden. Das heißt, er wird diese Tränenlose töten für seine Machenschaften und Boron wird verlieren. Richtig. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wieder, wir legen den Stein zurück, gehen zu Borondir, haben ganz viel Politik und bereden und bereden und bereden und tun nichts, so wie wir es jetzt schon seit Anfang an in dieser verdammten Scheiß Geschichte machen, oder wir legen den Stein zurück und gehen durch dieses verdammte Portal und tun der sagt, ich soll durch dieses Tor gehen. Nur um dann wahrscheinlich in einem halben Jahr zu sagen, das wäre das Schlimmste, was wir je gemacht haben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Gar keine. Ich auch nicht. Weil ganz ehrlich, es geht hier um kosmische Mächte und ich verstehe überhaupt nichts davon. Gut. Ich auch nicht. Und Oslo holt dann als Vorbereitung von seinem Hals das Band mit dem Zeichen seiner Göttin. Holt er so ein paar Mal um die Hand. In seine andere Hand nimmt er die Sichel, auf die er ein paar Symbole eingekratzt hat, schon vor Urzeiten. Wollen wir da jetzt durch, oder was? Ich will ja nicht mehr weiter rumstehen. Okay. Schön, euch gekannt zu haben. Und das Teil geht durch das Brutal. Na, endlich. Und Oslo geht hinterher. Ja, direkt. Wo hat der jetzt plötzlich seinen Schneid her? Und dann schaut er zu Morra. Anscheinend ist er die ganze Laberei satt. Und du? Während ihr beide da noch redet, bebt Leinbisschen die Erde wo ihr euch befindet. Stani und Oslo sind ja schon weg. Mal eins, was Göttern kommen. Und er hält dir die Hand hin. Ja, sie greift seine Hand und gemeinsam treten sie durch. Bevor ihr irgendwie dahin laufen könnt, hört ihr dann ein Stimmen von hinter euch und ein großes ja, ein nicht ein Explosionsgeräusch aber so ein Implosionsgeräusch und auf einmal so eine Helligkeit die den Raum durchflutet weil es war ja nur diese diese kleinen grünlichen Steine die den Raum erhellt haben und von hinter euch kommt nun auf einmal ein sehr sehr helles Licht Ja, wer auch immer das ist, er wird uns nicht mehr anfinden Ihr hört dann ein Hallo Erkennen wir die Stimme? Es ist die Stimme von Frau Rattel Wir sind weg Okay Elena betritt den Raum der einfach eine Art Labor zu sein scheint oder so gefolgt von Frau Rattel die Hallo rufend die ganze Zeit irgendwie Lärm gemacht hat aber immer sich nützlich gemacht hat um die ganzen Schutz die ganzen Schutzmechanismus magischer Art hier irgendwie zu entschärfen Rondria und Bestalia begleiten dich Wo sind sie denn jetzt? Du hast gesagt sie wären hier irgendwo im Tagunitor-Tempel Ja Sind sie vielleicht Das war der Plan, dass sie hier irgendwas kaputt machen aber ich glaube das haben sie nicht getan Lenas Blick fällt auf diesen Kristall und das grünliche Leuchten Ja der Kristall selbst leuchtet nicht Ja aber dahinter das nur was dahinter dann leuchtet es ja so Was ist das denn? Genau Hm Transversalis Elemente Ein Teleportationsring Ja Wenn sie hier nicht mehr sind dann sind sie wohl Weg Dadurch Dadurch Sollten ihnen folgen Vielleicht wissen sie gar nicht was sie anrichten Ja vielleicht Das Tor ist höchst instabil Wir konnten ihn einfach durchgehen Wer weiß was sie vorher getan haben aber wenn wir zu ihnen wollen sollten wir da jetzt durch Also wenn wir jetzt da durch geht ich glaube dann wird es kollabieren Dann kommt doch mit dann sind wir da zu zweit Dann stranden wir wo immer was hinführt Ja aber dann sind wir zumindest bei den anderen Ja und wenn das in den Niederhören ist will ich da aber nicht hin Denkt ihr ich will da hin aber ich will meine Freunde nicht dort sterben lassen auch nicht meinen Verlobten Sollen die ein bisschen mehr Locados finden meint Borondria Ja und naja vielleicht ist er ja sie wären da nicht vielleicht ist er ja hier irgendwo gewesen Also wollen wir es versuchen wenn dieser was ist das eigentlich für ein Sarg Lena geht an und sieht das dann Das ist der geborgene Sarg von Madalena Das ist wer Locados Frau Also das klingt nicht gut Also sollten wir vielleicht doch durch dieses Portal bevor es instabil wird und wer weiß wohin reisen müssen weil wir nicht wissen wo sie sind Ich werde versuchen es zu stabilisieren von hier aber dann kann ich nicht mitgehen Es ist egal stabilisiert ist und dich geht durch auch wenn ich eigentlich erstmal eine Heilung gebrauchen könnte Morondria packt dich so am Armland komm und wir beide gehen und Nick dann so zu Bestalia Du führst die Truppen an solange ich weg bin Okay Nicht so fest Ihr habt ganz schön viel Kraft noch Okay dann Boron gibt mir Kraft Ja Das gleiche glaube ich hat Rondra bei mir getan Und los Ja und Lena tritt mit Boron dieses über die Linie des Pentagramms Wer war nochmal der Erste der durch das Tor gegangen ist Astanio Das Erste was Astanio wahrnimmt als er aus dem Tor heraus geht ist dass sein Sicht fällt einfach nur glasklar ist keinerlei Reste von Blindheit oder so das innere magische fühlt sich so gut an wie schon seit einiger Zeit jetzt nicht mehr so als als direkt auf der kraft linie stehen nein vielleicht sogar direkt in der kraft schwimmen um um dich herum ein sattes grün um dich herum vögel zwitschern die erde unter dir ist sanft weich mosig leicht ein bisschen tau liegt darauf die luft ist frisch atmet tief ein und aus und dann tritt osko hinter dir auf die lichtung sieht dasselbe wird erschlagen von all dieser schönheit so viele pflanzen in voller pracht so viel so viel schönheit das muss reines reines reich sein hier so viel lebenskraft osko vergisst dass astallium vor ihm war geht wirklich den himmel den kopf den himmel gereckt und nach vorne hat die augen weit geöffnet der mund so leicht offen grinst dabei und kann das nicht fassen von diesem sprung zwischen dem schrecken dem er vorhin noch ausgesetzt von dieser puren natürlichen schönheit dann kommt etwas geflüstert über seine lippen ist das jetzt ein traum träume ich und osko kneift sich es zahlen und hält ihm so die hand hin gut das ist doch kein traum ich habe es mir schlimmer vorgestellt und treten jandrick und mora hinter euch okay das ist nicht das womit ich gerechnet habe ein leichter regenbogen zieht sich über den horizont die sonne gestrahlt auf was tanio osko mora und jandrick herab wo zum teufel sind die flammen die dunkelheit die die verbrennenden untoten ich glaube da kommen wir gerade aber wo sind wir jetzt osko schaut einmal nach hinten ist da noch etwas zu sehen ein portal oder sowas nein naja es ist doch als wären jandrick und mora hinter dir aus dem nichts einfach nur aufgetaucht ja in dem moment wo osko nach hinten dreht die beiden aus dem nichts erscheinen und er sich auch vorher schon gekniffen hat erinnert sich osko daran dass sie ja noch etwas zu erledigen haben und schaut sich mal um ein bisschen weiter in die ferne blickend nach was suchst du ein trampelfahrt oder ein tierfahrt oder etwas dergleichen was durch dieses ist das ein wald ja dschungel würde ich eher sagen also vor osko ist das ein wald ja es ist also ist es auf jeden fall eigenartig so viele unterschiedliche pflanzen auf einmal durcheinander wachsen zu sehen vor allen dingen große und kleine fast schon riesenwüchsige und mini kleine du entdeckst eine fast schon winzige kleine blume die kleiner ist als ein grashalm so schön ja findest osko irgendeinen pfad findest eine art ja man könnte es schneise der zerstörung oder sowas nennen wenn hier ist irgendjemand ist hier lang getrampelt und hat pflanzen und äste und bäume abgeschlagen oder niedergetrampelt leute hier lang und osko geht vorsichtig den trampel den getrampelten pfaden lang achtet penibel darauf keine der eigens schönen blüten irgendwie zu zertreten mora würde sich diese schneise ein wenig genauer ansehen während sie osko folgt lässt sich erkennen ob das ufe waren ob das mehrere menschen waren ein kleiner trupp oder doch nur eine handvoll du entdeckst eine schleifspur irgendetwas wurde gezogen was großes schweres und ja eine stiefelspur schwere reiterstiefel oder so aber keine pfufe oder so kann man sehen gibt es unterschiedliche stiefelspuren also waren es mehrere personen oder erst mal nur eine eine er war allein und hatte etwas großes bei sich hätte etwas geschliffen ja wahrscheinlich das was er dann sagt er gelegen hat vielleicht das heißt er hat keine leibwächter mitgenommen noch nicht mal entfährt er kann nicht so weit gekommen sein mit so einer last aber vielleicht musste er es auch nicht das heißt wir können ihn einholen aber was ist denn aus seiner Eskorte er ist doch mit einer Eskorte hat anhand von Dagonia geschrieben ich glaube die das ist eine Lüge gewesen wenn er durch dieses Portal hier hingekommen ist genauso wie wir dann ist irgendwer anders aus der Stadt geritten in dem Moment treten Elena und Borondria durch das Portal auf die Lichtung oh oh Mora hat schon ihr Beil in der Hand und ja Sichel in der Hand in die Richtung direkt seid ihr von allen Jörtern verlassen ja einfach was ist denn hier zu verschwinden Astagio das ist passiert du siehst aus wie durchgewalkt wurde ich ein netter kleider Kampf verdammt Dämon Dämon hat dich angegriffen ja Dämon und in dem Moment dreht sich Astagio um äh er hat gesagt das wäre eine gute Idee ja erklärt das ihr und die Lena zeigt so auf Borondria die neben ihr steht Jandrik starrt auch die ganze Zeit nur Borondria an er hat kurz registriert wie zerstört du aussiehst und dann starrt er und er hat auch die Herren angesprochen ähm die bleiche Frau ähm schaut relativ düster drein in Jandriks Richtung was ist hier los äh Haren wir ich wir sind ein bisschen äh überfordert wir können diesen Stein wohl ausgrund von Weltuntergangs irgendwas nicht kaputt machen und es sieht so aus als wäre Lüganet von Kemet irgendwo hier und er sucht äh einen Menschen den er benutzen will um es ist sehr kompliziert auf jeden Fall müssen wir ihn finden die Tränenlose ja genau er hat sie schon gefunden Tränenlose und er will sie töten und damit wäre sie für Boron verloren das vermuten wir jedenfalls ähm die was genau das ist anscheinend hat Lukas von Kemet ähm nein wie war es Boron hat einen Teil seiner Kraft hat das vergessen in Form eines Menschen hier auf Dere wandeln lassen es ist sie ist denke ich mal diese Waffe von der ganze Zeit gesprochen wurde und jetzt sollte sie sterben für Lukas von Kemet damit der Tod seiner Frau vergessen wird es klammert sich an diese Chance um sie zurückzuholen aha wenn sie stirbt endet der Kampf zwischen den Totengöttern also es stimmt diese Geschichte ist das wahr ist das alles wahr es ist wahr aber was macht das denn für einen Unterschied wenn gibt es sie kann nur einmal sterben aber sie sollte dann für den wer auch immer es ist für den richtigen Zweck sterben nicht für einen aber wenn er sie für das Ritual sterben lässt dann ist es nicht richtig die Frage ist was dann passiert mit dem Kampf er endet dann die Frage ist aber wirklich Ende nein wenn Boban keinen Zugriff auf seine beste Waffe mehr hat stetsig verliert er den Kampf na das ist nur das was wir nicht wollen äh 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 so viel dazu dass das nur irgendein Dämonengespinst ist was meinst du jetzt mit Dämonengespinst die Lena kommt jetzt so ein bisschen hinkend humpelnd auf Astanio zu hat er gesagt ich habe gesagt es kann sein ich habe gesagt wir wissen es nicht du meinst die Träume Jandrick ja ich verstehe es nicht ich verstehe das alles nicht ich verstehe nicht was das bedeutet ich verstehe nicht Orondria stellt sich vor Jandrick und legt ihm so eine Hand auf die Schulter ich weiß dass das ungewohnt ist es heißt letztlich nur dass alles was ihr uns erzählt habt alles nur Humbug ist nein das heißt es nicht Oron ist der Herr des Todes und ist der Herr des Vergessens vielleicht es ist Wahrheit abhängig davon wie diese Geschichte hier jetzt ausgeht oder nicht und wenn diese Geschichte anders ausgeht ist diese wahnsinnige Totendmonengöttin oder was auch immer sie ist plötzlich Herr des Todes habe ich das richtig verstanden heißt es das zumindest ist Boron dann seiner stärksten Waffe beraubt wie der Kampf danach ausgeht wissen wir nicht also rennen wir jetzt los und versuchen eine Hand auf die Schulter er sackt so ein bisschen in sich zusammen die Totengötter haben alle noch andere Aspekte neben sich Jandrik sie ist die Herrscherin der Albträume der orkische Gott ist der Blutgott Gott des Krieges Boron steht für Schlaf und Vergessen neben dem Tod was ihm zum angenehmsten der drei Totengötter macht deswegen sollten wir alles daran setzen ihm zu helfen auch auch die Herr würden wir nicht wollen dass die anderen an die Macht kommen und es nicht noch eine Ewigkeit dauert bis es wieder zum Kampf kommt hör dir doch mal zu wer sind wir denn zu entscheiden wie die Kämpfe der Götter ausgehen die einzigen gerade das entscheiden wir nicht vielleicht sind wir das Zünglein an der Waage ja wir sind genau wo wir sein müssen wir sind seine Werkzeuge ich bin sein Werkzeug Jandrik und du wolltest das niemals sein nicht wahr nein dann wirst du es jetzt auch nicht oder willst es immer noch nicht sein niemand hat mich hier gefragt was ich will was willst du er schaut zu diesem Ding wo dieses Tor ist er schaut zu den anderen er schaut letztlich zu Mora das einer was ich immer erwarte dieses verdammte Land befreien und dann meine Ruhe ist das der Weg dein um dieses Land zu befreien ich glaube ja ich würde auch sagen ja dann lass uns los dann lass uns halt los er er ist jetzt mittlerweile bei Astani angekommen schaut ihn so an ist das wirklich du siehst so anders aus ich hab dir immer gesagt dass ich nicht so alt bin ja aber du siehst aus als wärst du halb so alt wie du bist als wär das jetzt was schlechtes nein sag ich ja nicht die Frage ist ob du immer noch ein Grießkram bist das garantiert aber ihr habt später Zeit für euer erstes zweites Date zuerst haben wir etwas zu erledigen wir haben jemanden das Leben zu retten und es dann ihr zu nehmen das ist eine andere Geschichte wer auch immer es ist Mora fängt an im Laufschritt diesem Pfad zu folgen jetzt wo wir alle hier sind meint Mora Andrea sollten wir alle mal noch mal mit offenen Karten spielen und uns der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst werden wir können es nicht leisten nachher vor Entscheidungen zu stehen und zu zweifeln Jandrick ihr solltet mich mittlerweile ganz genau kennen und wissen was ich ganz bestimmt nicht tun werde ich werde jetzt losziehen und dieses Mädchen oder diesen Jungen oder was auch immer es ist retten es ist ein Mädchen so viel wie ich jetzt herausgefunden habe aber wenn ihr von mir verlangt dass ich es dann am Ende töten soll dann bin ich der falsche Mann dafür das tue ich nicht es muss sterben es ist seine Aufgabe zu sterben aber wann und wie steht das auch in der Schrift nein alles muss sterben das solltet ihr doch besser wissen als jeder sonst alles wird sterben nirgendwo nirgendwo hat es gehießen dass wir einem kleinen Mädchen die Kehle aufschneiden müssen und bei Boron das werde ich nicht tun und auch sonst niemand hier der schaut böse zu Astanio zunächst einmal müssen wir das Ritual verhindern so weit unsere Speer in Erfahrung bringen konnten weiß Lukadus von Kemet noch nicht hundertprozentig wer die Tränenlose ist mir kommt jemand in den Sinn wo sind wir hier überhaupt er hat mehrere Kinder entführen lassen mehrere ist gut ich bin der letzte der ein Kind umbringen würde gut dann sind wir uns ja alle einig aber ich denke wenigstens drei kennen dieses Kind schon länger also nein drei kennen dieses Kind schon länger ich weiß was bevorsteht nicht meine Tochter nein ich weiß deine Tochter ist aber auch bei den Kindern die er genommen hat seid ihr sicher ja wenn die Informationen stimmen die ich bekommen habe dann sollten das jetzt vielleicht bei allen ja wenn ich etwas Kraft kriegen könnte wäre das super ich bin immer noch ziemlich angeschlagen fühlt sich übrigens hier viel viel besser als in den Katakomben oder in der Stadt irgendetwas auch Jandrick mit seinen Wunden die er von sich getragen hat durch die Kämpfe irgendetwas an diesem Ort macht dass dass eure Lebensgeister wieder erweckt werden Lena schaut es an sich runter ob die Wunden irgendwie geschlossen sind oder das finde ich sie gerade sehr seltsam das wird ihr jetzt gerade erst bewusst als sie es ausgesprochen hat dem sie Hilfe braucht hat sich da irgendwas verändert dass die Wunden sich geschlossen haben ne noch nicht geschlossen aber du fühlst dich halt munterer und tun nicht mehr so weh wie vorher dieser Ort ist irgendwie seltsam ich ausgewählt wie schnell kriegst du so etwas repariert oder soll ich Hand anlegen es ist egal ob es noch die verdammte Rippe sitzt endlich wieder an der richtigen Stelle andererseits hast du mir ja verboten dich jemals mit Magie zu heilen hab ich das damals oder ist doch jetzt egal es geht immer halt wenn eine große Sache also auch so schließt einmal kurz die Augen konzentriert sich wie also hat er die ganze Zeit seinen Anhänger in der Hand fühlt er einen Unterschied zu vorher nein und dann als Tanjo ich glaube ihr könnt das schneller als ich eine weitere Sache müssen wir noch klären bevor wir weiter laufen ja niemand tötet Lucados was wenn er nicht Hand an meine Tochter anlegt töte ich werde ich ihn nicht anrühren wir müssen ihn retten ja also wie ich mir wie ich das jetzt gesehen habe was in seinem Tagebuch steht wird das ganz schön schwierig den Typen zu retten er so von Hass zerfressen hat ein Bündnis mit Taguni tot und versucht gerade Taguni kurz zu stürzen und hat deswegen ein Bündnis mit Seelensammler ich schon lange nicht mehr das ist neu wir haben die Vermutung dass er gegen seine Herren aufbegehrt dass er versucht sich von ihr frei zu sprechen um selbst mehr Macht zu erhalten um zu gehen oder zu bleiben oder was auch immer jedenfalls nicht mehr von ihr abhängig zu sein deswegen spinnt der Intrigen und leider haben wir bisher immer das getan was er von uns wollte ach ja Elena übrigens den Wald zu zerstören war doch keine so gute Idee wie wir dachten kannst du mir das näher erklären später wenn wir jetzt los Mora erinnert sich dass der Seelensammler euch beiden das letzte Aufgabe gegeben hatte Locados zu töten vielleicht können wir ihm ja einmal widersprechen und Locados bleibt am Leben Rondria nimmt jetzt irgendwie die hat ja sonst mal so einen stoischen Gesichtsausdruck jetzt irgendwie so einen ziemlich weichen Gesichtsausdruck an was irgendwie gar nicht zu diesem ausgemergelten Gesicht passt Locados ist mein Fall denke nicht dass er dort alleine ist an diesem Ort er wird sich irgendwelche Kräfte gefunden haben die ihn schützen ihr sorgt dafür dass ich zu ihm kommen kann dann ist er mein es ist mein Kampf gegen meinen besten Freund wenn ich ihn nicht zurück holen kann dann soll es halt so sein aber ich bin überzeugt dass ich ihn zurück holen kann in die arme Borons gebe seine Seele nicht auf ich werde um seine Seele kämpfen wenn es sein muss dann soll es sein dann Elena komm mal her sie stehe ja schon neben dir mein lieber knuff den mit dem Ellbogen Astanio legt ihr so die Hand auf die Brust und spricht die Worte Balsam Sälerbunde heile bunde ein Lichtschein erhebt sich aus Astanios Hand was du sonst gar nicht kennst Astanio der Zauber ist sonst immer eigentlich nicht sichtbar oder entfaltet seine Wirkung relativ spektakulär los unspektakulär sagt man aber diesmal es ist irgendwie so als hättest du viel zu viel Kraft in den Zauber gelegt und sprudelst über von Leben und für Ilena ist es irgendwie so als würdest du wirklich einen Schub kriegen an Lebensenergie also richtig merkst richtig wie sich die gebrochene Rippe wieder richtet und instant zusammenwächst man kann das schmerzhaft ist das ist ja fast schlimmer wie das bricht was was da au alte Narben die du hast verheilen instant das kriegt sie jetzt zum Teil erstmal nicht mit okay irgendwas ist an diesem Ort wirklich seltsam war das nicht irgendwas mit Magiefluss was hier dieser Kristall die Energie anzapft mhm Osko der schon ein paar Schritte vorgegangen ist rufen nach hinten können wir das auf dem Weg besprechen ja und Elena verfällt den Laufschritt komm schon alter Mann Osko hat so auf Kopfhöhe so einen Ast der irgendwie in den Weg rein wächst sieht den so lang vorsichtig zur seite und dann kommt so auf deiner Kopfhöhe so ein dir noch mal ein bisschen leiser laufen schau mich um auf dem Ast oben drauf sitzt ein kleines Männchen das du kennst kriegvoll wo schreist du so die anderen mussten mal aufwachen die schwerhörig ich glaube schon kommst du mit was macht ihr hier wir müssen den weg entlang welchen weg nur den hier den irgendjemand durchgetrampelt hat ist doch kein weg na doch eine schneise kaputt gemacht jemand von denjenigen wollen wir finden kommst du mit aber ich weiß schon wo der ist ich muss ihn gar nicht mehr finden du weißt wo er ist und Oslo streckt so auf Schulterhöhe ihm den Arm entgegen dass er vielleicht auf seinen Arm kommt oder so er macht alles kaputt wo ist er kannst du mir zeigen wo er ist im herzen ist er kannst du uns da hinführen ja aber ich trau mich nicht komm ich bin beide kriegvoll und wir sind auch nicht alleine hast auch den grießgrämigen ritter wieder mitgebracht nicht wahr ja auch aber der ist gar nicht mehr so grießgrämig schau ihn dir an naja er schaut nicht gerade glücklich rein naja mach mal dass er lächelt ich glaube wenn wir hier fertig sind würde er lächeln also wenn er bevor er nicht lächelt führe ich euch gar nirgendwo hin na gut aber vielleicht kriegst du ihn ja auch selber zum lächeln komm dann wie gesagt oskubi bietet ihm so ein bisschen seinen arm an selber laufen na dann ich muss ein paar weniger schritte machen dann tritt er wieder zurück stolziert vor dir her osko wieso kommst du zurück ich habe jemanden gefunden der helfen kann und osko guckt auf den boden oder ach guten tag rickfuhl da bist du ja wieder ich dachte du wirst tot mhm was ist das schwer zu erklären nicht mehr da sagen wir es mal so aber ich bin noch da ja sag ich ja ich bin überrascht freudig überrascht wie kann man denn nicht da sein als wir uns das letzte mal gesehen haben hast du gesagt irgendeine dunkle macht würde nach dir greifen und dann bist du uh geflohen und ich war nicht sicher ob du es geschafft hast ich bin zurück nach hause gegangen hierhin ja sehr gut hierhin das ist zu Hause ja wo genau sind wir hier zu Hause äh habenst du nicht vom anwesen von mir fällt der name jetzt nicht ein hast du ihn nicht da beim anwesen getroffen dass wir abgefackelt haben jandrick ja genau da habe ich ihn getroffen ja da bin ich auch manchmal aber eigentlich komme ich von hier mein zuhause da drüben ist verbunden mit hier gewesen ja ja gewesen ja jetzt bin ich ja hier jetzt muss ich ja da nicht mehr hin okay okay ja unser größer hast du einen komischen äh kerl gesehen der hier rumgelaufen ist äh ein was irgendein kerl der diese schneise da äh verursacht hat äh der mit dem schlitten ja genau mhm der ist im herzen im herzen ja von was von dem ort okay kannst du uns hinbringen ja aber ich habe mit osko eine bedingung abgemacht okay und die wäre verrate ich dir nicht aber ich darf sie den anderen doch verraten oder scht muss er von sich aus machen osko was geht's wir haben keine zeit für diesen unsent ich 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 zustimmen rickfurt wir haben wenig zeit es ist wichtig was ist zeit es ist eine sehr gute frage eine sehr gute frage Asanio und osko tritt so einen schritt näher ja du bist doch kannst du mir vielleicht erklären was zeit ist das ist doch ein witz erzählt ah okay ähm ein witz erzählt ich schlage vor wir folgen einfach dieser schneise hier da wird der wolle hingegangen sein ich glaube auch okay ähm krieg voll krieg voll hüft so an moras äh äh gewandt nach oben auf moras schulter der ist ganz schön schlau der osko ja total nein 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 der grimmige äh ja der auch der hat viel gelesen habt ihr euch wieder vertragen äh ja das ist gut ich glaube tatsächlich äh mora dass ich diesmal nicht mit dem grimmigen gemeint bin was es ist ja eine super witzige aber können wir jetzt bitte lose und die verdammte welt retten Astagio tritt auf Jandrik zu ja der ist schon wirklich leise entlang ey Jandrik warte mal kurz du hast da was du hast da was du hast da was warte mal und er geht auf Jandrik zu wird anfangen sich auf ihn drauf zu schmeißen und anfangen Jandrik zu kitzeln was soll das ja stehen geblieben und er hebt so einen Fuß und mich an den Fuß zu kitzeln ja kriegfohl ja was das gilt oder kriegfohl das gilt kitzelattacke fängt an Murat zu kitzeln nein nein könnten wir jetzt uns bitte zusammenreißen und endlich ich bleibe mir kriegfohl also ein bisschen irgendwie so im Nacken oder so wie wir hatten eine Abmachung kriegfohl ja gut und er setzt ihn sicherst auf die Schulter und geht voran also führ mich dahin führ mich zum zum Herzen dieses Ortes es ist schwer zu finden Orsko ganz schwer flüster es mir ins Ohr dann schaffen wir beides ok also du verstehst meine Anweisung da schrecke ich hin ok folge dem Pfad der Verwüstung davon kriegfohl wenn das jetzt wirklich der einzige Pfad ist dann werde ich wirklich sauer dann mach ich ein Streichholz aus dir bitte was bitte sag mir dass es noch mehr als dieser Pfad ist es ist noch mehr als dieser Pfad wie kein Streichholz sein ich will auch keins aus dir machen und dann geht ausgefroren Asadio hilft Jandrich wieder auf und kloppt ihm so Gras vom Hetz und grinst grinst dabei leichte Bier durch die Gegend Elena schütte nur unter den Kopf aber was ist was habt ihr mit Asadio angestellt der verhält sich ja so kindig wie ich ihn noch nie erlebt habe ich sehe keinen Unterschied zu sonst er hätte sich früher nie an also er hätte nie auf die Idee gekommen irgendwen zu kitzeln außer vielleicht die Kinder aber obwohl die auch nicht bis auf meine Tochter man schall vorwärts zieht so ein Tuch vor ihr vor ihr Gesicht vielleicht ist es dieser Ort irgendwelche Pollen oder alle zynogenen Gase oder einfach dieses Übermaß an Energie oder einfach ich habe das gemacht was ich immer schon wollte Jandrich auf den Boden schmeißen damit geht Jandrich was ich auch vielleicht noch am besten lesen kann merkt auch dass er in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal gelacht hat nicht einmal und nun sehr sehr einsam da diesen Weg entlang geht Osko er hat keinen Witz erzählt du musst davon da wo die Zerstörung ist dann musst du den Weg Zerstörung weiter gehen und Osko holt so sehr theatralisch irgendwie seine Sichel hervor und guckt die müssen auf die Scheine das ist ja gut zu wissen das ist eine Rune von Parain das ist da und das ist schon eine scharfe Schneide das kann man Streichhölzer machen und Osko zwingt halt eben so ein bisschen zu und Spaß das ist kein guter Witz habe ich auch nicht gesagt aber weißt du was schön ist dein Zuhause hier ja ein bisschen wild vielleicht so ein wenig naja das wächst so alles drunter und drüber aber irgendwo ist es auch schön drunter und drüber wie soll es denn sonst wachsen rechts und links vorbei naja wenn wir es der Herren Parain gefällig machen wollen dann legen wir es den Menschen zu nutzen Acker an und ein ganzes Feld voller schönen Klatschmohn das hat auch etwas Schönes weißt du ein Meer aus Rot ja oder Trauben Trauben auch sehr schön wenn die Weinberge in voller Blüte stehen oder der Raps das fällt wie ein gleißender Sonderschein in Gelb taucht aber ohne diesen Ort machen die anderen Orte das ja auch nicht ach so ist das so mhm mhm das ist aber interessant kannst du mir erzählen wie das funktioniert äh wie genau das funktioniert weiß ich gar nicht es ist einfach so mhm ich verstehe weißt du das Leben kommt doch aus von aus dem Boden oder nicht ja oh und hier also ist das hier der Boden wie der Boden auf der mhm sind wir auf der ja ah glaube ich interessant ja ja interessant mhm zumindest sind wir nicht im Limbus oder in den Niederhöllen das kann ich versprechen und in Alvaran auch nicht das wüsste ich ja Limbus naja gut äh da vorne an der Eiche musst du den Weg lang da wo die Zerstörung ist naja immer hat es für Aufleitung gesorgt ja und das geht dann schnellen sehr schnellen Schritt aus diesem Weg voran stopp ja krieg wohl ich habe krieg wohl schaut sich um jetzt alle mal ganz ruhig lukt sich so ein bisschen ein warum halten wir was gehört sich um die Vögel haben aufgehört zur Zwittür und Osko flüstert die Vögel sind verstummt es ist zu still hier ja eindeutig Elena die am besten weiß wie man irgendwie das Gleichgewicht irgendwie erhält und irgendwie so geschult darauf ist irgendwie sämtliche kleineren Änderungen im Boden wahrzunehmen merkt so eine leichte Erschütterung im Boden habt ihr das gespürt klüstert sie dass halt der Boden hat wie als würde in der Ferne in der Erde Pferde vorbeilaufen die anderen haben das nicht gemerkt sind dafür nicht empfindlich genug aber was Mora und Yandrick wahrnehmen mit ihrem geschulten Wahrnehmungssinn ist ein Knacken irgendwo im Dickicht lanens leise zwar aber hörbar Mora zieht ihre ihr Beil und schaut sich um ob sie umzingelt werden ein paar Schritte zur Seite eher dass es unauffällig wirkt aber dass sie ein bisschen weiter auseinander sind und konzentriert sich dann auf die Seite der er am nächsten steht die andere da vertraut er drauf wird Mora genauer schauen und horcht was da ist jetzt ist das Geräusch nicht mehr da und nicht mehr wahrnehmbar nur eben war es noch da das einzige was man jetzt noch hört ist das pssst was jetzt in dieser stille ziemlich laut erscheint sko sag ihr die soll die angst wegtun die sieht nicht gut aus hier rum rhein mora züge dein Beil Mora schaut erst ein bisschen verwirrt und dann nickt sie aber und lässt es wieder an die schlaufe in ihrem Gürtel sinken gut und jetzt pssst und dann sieht Osko Jandrik und Mora Elena und Astanio sehen wie sich in der ja nicht in der ferne aber so 10 15 schritt von euch entfernt irgendetwas durch das Dickicht schiebt beim Dickicht noch verdeckt aber irgendetwas schiebt sich da durch man kann es sehen weil sich die pflanzen bewegen und die bäume zur seite es muss ziemlich groß sein was was ist das was ist das später was sehen wir vorbeilaufen ich keine lust mich mit ihnen zu unterhalten ist immer so grimmig okay ja dann warten wir kurz ne wie wie versteinert wie versteinert steht ihr da und das ist so fast als wenn ihr es nicht besser wüsstet könntet ihr denken dass dort ein Baum sich bewegt hat und dann gibt es dieses knacken wieder da sind ein paar äste und bäume werden zur seite geschoben und dann ist es ganz still wieder sagt man sagt man ich mich oder war das gerade dann fängt das knacken schlagartig wieder an als Daniel spricht und kriegt voll guckt und das gebüsch vor euch schiebt sich zur seite und zwischen den bäumen und sträuchern entdeckt ihr eine riesenhafte baum ähnliche gestalt die sich daraus hervorschiebt eine art end oder so könnte man sagen und ihr kennt diese gestalt baumblatt das geht ja nicht den dich haben wir ja seit ein paar monaten nicht mehr schon gesehen was macht ihr denn hier das konnten wir nicht dasselbe fragen das ist mein zuhause hier wo sind wir hier ihr kennt ihn krieg früh guckt so wir haben ihn freigelassen ihr wart das mhm ja krieg wohl was machen die hier ähm die haben mich besucht und wollten mir Witze erzählen wir folgen dieser schneise wir suchen jemanden den schwarzen ja 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 er zerstört die umgebung wir sind hier um ihn aufzuhalten das ist gut aber er hat viele schwarze dinge mitgebracht und auch davon wollen wir ihm abbringen ähm ich und meine brüder versuchen schon seit ein paar stunden ihn von herzen zu vertreiben dann weißt du wo er ist sehr gut zweier meiner brüder sind gefallen was heißt denn jetzt gefallen hingefallen sie existieren nicht mehr krieg wohl äh verstehe immer noch nicht wie das geht Elena hebt so einen klumpen Erde auf und zerreibt den zwischen ihren Händen so etwa ein großer klumpen zu einem kleinen klumpen zu nichts mehr so der große klumpen ist weg ist doch alles auf dem Boden da unten aber stell dir vor da wäre nichts auf dem Boden Elena tritt drauf und tritt das alles platt was da die krümeln siehst du jetzt da noch krieg wohl hat davon keine Ahnung ist glaube ich auch besser so ist nicht seine Aufgabe so ist es wenn deine Brüder bereits gegen kämpfen dann sollten wir sie noch unterstützen lass uns weitergehen ja folgt mir mach euch den Weg frei sehr gut ja ich bleib dicht hinter dir und dieses riesige baumartige Wesen macht in der Tat das Dickicht frei sodass ihr viel einfacher vorankommt und wir verlassen wir die Rabenmark heute denn wir sind fast am Ende und ich finde das ist ein ganz guter Punkt um aufzuhören sehr gut 22 und 22 sehr gut schnappszahl wer gibt einen aus ja wer ja ja wir uns das nächste Mal treffen oder überhaupt mal treffen ja eine sehr sehr interessante Folge ja Elena hat die Begegnung überlebt mit dem Kampfdemon ja knapp aber überlebt Argen und Krachen ja ich warst in dem Mord das Krachen und sie wird nicht begeistert sein wenn sie feststellt dass sie ihre Narben wechseln Astanio weiß noch nicht wie man an so einer Lebensquelle zaubert das ist ja sie wird ihm wahrscheinlich sie wird ihm denke ich auch nicht die Schuld dafür geben er wusste ja nicht was er tut also er wusste schon was er tut er weiß prinzipiell nicht was er tut er hat uns sehr sehr viele gute Informationen heute gebracht weil er so ein Bücherwurm ist das müssen wir sagen er hat uns wahrscheinlich alle den Arsch gerettet ja und er und der der Bohrberat Einfluss hat bei ihm jetzt schlussendlich doch was Positives rausgebracht aufhören zu labern einfach ja jetzt haben wir so langsam kommen die Puzzleteile zusammen ja ja definitiv es geht aufs Ende zu genau kann ich die DSA Witze schon mal schließen das ist schon alles okay DSA Witze was ist schwarz und weiß und schwarz und weiß und schwarz und weiß und schwarz und weiß und schwarz und weiß ein Golgarit der einen Berghund hat oh in der nächsten Runde muss Ausgrundschelm spielen oh Gott niemals Kaku ich kenne da einen gewissen Batterich von Rabenfeder mein Meister mein zukünftiger meinst du um da nur solche Witze raushauen oh Gott ich hätte ja sowas gehabt was hilft durch den Wald und Quall ein Kaminchen oh oh Gott ah dumm gut gut lassen wir es lassen wir es ich glaube von deinem hüpfenden Kamin wäre Krieg völlig begeistert nein 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 ich glaube auch das große Elementar auch nicht richtig nee mit Don 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 möchte man sich nicht anlegen ähm nicht ihn nähen also seid froh dass ihr den jetzt als Verbündeten habt dass ihr ihn gerettet habt ne sehr gut sehr sehr gut Niveau Niveau mal gucken ob das alles so klappt wie es soll also ihr habt ja äh der Seelensammler will dass ihr ihn tötet ja mhm aber was der will ist uns doch sowas von Wumpe ja also haben wir eigentlich Borondra gesagt immer das gemacht was er wollte haben wir eigentlich Borondra gesagt dass sie okay so Borondra will ihn nicht töten aber sie darf ihn auf gar keinen Fall töten ja die will ihn ja retten ja sie hat gesagt sie will dass wir ihn nicht töten was sie dann genau macht ist nicht so klar ja was ja eigentlich auch schon ne Ketzerei ist irgendwie weil Lukadus ist nun mal ne Erstketzer der hat den Tod ja verdient ne ja ja gut hey sie ist die sie ist die Chefin der Kirche wenn sie das meint sie müssen das machen dann trete ich ihr nicht rein tja vielleicht muss Jambrik Herr der Kirche werden ja unbedingt genau der richtige Mann ne ne der hat der hat so langsam die Schnauze voll von der ganzen Nummer hier ja man merkt es ihm leicht an also ich ich kann immer noch Jandrik eine Stelle beim KGGA organisieren das ist ja auch nicht viel besser Jandrik zieht irgendwann in die Kurben Hauptsache weg von allem nur die Sonne in sich rum da soll es ihm schon Oasen geben habe ich gehört genau aber ich merke so langsam wird Jandrik wirklich der also eigentlich wird der gerade zum zum Astanio verbitterter Einsiedler naja hört ab Junge du bist mir viel zu ähnlich als mir lieb ist ja für den ist das zu viel das ist diese ganzen weltumspannenden Ereignisse dafür war er nicht dafür war er nicht darum ging es ja das ist ihm zu viel das versteht er nicht ja aber schon in seinem Prelude wurde ihm gesagt dass er eine andere Aufgabe hat in seinem Leben ja ja das hat er schon in seinem Prelude ignoriert weil das macht ihm unglaubliche Angst ja das kann man bei Gelegenheit kann man das mal diskutieren warum das so ist aber das ist ja ganz spannend sehr schön sehr sehr gut mal gucken ob sich das noch auflösen lässt das ist psychologisch zu sehen aber also im Spiel ob das noch rauskommt weiß ich nicht aber ja ja aber vielleicht muss Morain dann nochmal nochmal zügeln dass er Verantwortung übernehmen muss ja na gut ich meine jetzt mal ganz objektiv betrachtet Verantwortung übernehmen man kann ja eigentlich von niemandem erwarten hier die Welt retten zu müssen ja das ist ja auch das stimmt unglaublich riesige Aufgabe die hier von uns verlangt wird ja das ist ja absolut ja naja und damit struggelt er halt ja das ist der Weg den die Götter für uns vorgesehen haben nicht umsonst hat Elena Kokum überlebt und jetzt den Zandt überlebt ja und Jandrick die ganzen ganzen ja sie hat sich mal gestorben ja eigentlich ja genau die ganzen und Astanio die ganzen eigentlich alle die ganzen ja Osko die ganzen ja da wohl jemand im Hintergrund noch seine Fäden zieht wer weiß ja ziemlich sicher ja im Grunde wenn man ganz ehrlich ist repräsentieren wir alle einen Gott ja eben naja das ist ja auch so ein Thema für für Jandrick jetzt ja Jandrick Jandrick wird der neue Gott ja unbedingt ich hab eh nochmal mit Mora vor dass sie mal ein bisschen was Fechsiges machen muss noch noch mehr so Fechs also ich glaube das ist sie sich gar nicht bewusst wie fechsgefällig sie arbeitet ich erinnere mich da so an einer deuchte Händler ja natürlich aber ich sag mal eine gute Falle eine gute List ein bisschen Schwundesimmer ihr werdet hier schon wieder gelobt von Valinway 86 Dankeschön danke ja danke ja schön dass ihr da draußen dabei wart und zugeguckt habt wenn ihr das hier später schaut auf YouTube freuen wir uns über jegliche Interaktion Kommentare Daumen und Glocken und wie auch immer man das alles da bei YouTube macht ihr kennt das ganze Prozedere ich überlasse jetzt gleich mal meinen SpielerInnen das Wort und dann dürfen wir mal Werbung machen für ihre diversen super interessanten Projekte die sie am Start haben da gibt es einiges zu entdecken aber das hört ihr jetzt von den anderen während ich suche wo ich euch jetzt gleich hinschicke ja machen wir es kurz bei mir gibt es aktuell leider relativ wenig ich bin immer noch im Praxissemester das ist sehr aufwendig ich habe aktuell relativ wenig Zeit und für die Boomer findet sich die Runde findet sich aktuell leider gerade keinen Termin aber was vor glaube ich drei vier Videos bei mir kam war eine Vampire Mestray Runde mit dem Koali mit der Sierra und mit dem Maroth bei mir auf dem Kanal die könnt ihr gerne nochmal nachschauen die war sehr schön da Sierra geleitet und ich konnte mal spielen und ja ich würde sagen das war nochmal ein guter Schnelldurchlauf ich glaube mehr Projekte hat der Maroth ja ein paar mehr ja bei mir im Prinzip gibt es wie immer die Seite rollenhörspiel.de und das zweite Projekt ist die YouTube Seite rollenhörspiel.de ist im Moment in viel Vorbereitung da gibt es einige Sachen die ich vorbereite Spiele die ich veröffentlichen will aber auch Rollenhörspiele die kommen sollen aber mehr mache ich momentan auf der YouTube Seite wo ich sehr viel mit Bildern arbeite heute habe ich wieder meine Fantasy Story Material veröffentlicht die sechste Episode ist das heute gewesen und da mache ich sehr viel mit KI Bildern und eben mit Rollenspiel schaut da einfach mal rein auf die YouTube Seite ich würde mich freuen und was macht denn die Sierra ja die Sierra hat auch im Moment sehr viel mit Arbeit am Hut das heißt von mir gab es in letzter Zeit sehr sehr wenig nur die besagte Vampire Runde ich hoffe aber dass ich das mal wieder wiederholen kann und werde aber das wird noch ein Weilchen dauern aber ich freue mich gerne und dann wahrscheinlich auf ja entweder meinem Kanal oder einen der anwesenden Kanäle was ist denn mit der Elena oder beziehungsweise mit der Elanor Ja bei mir ist es auch jetzt gerade mau weil ich so selbst nichts produziere ich überlege mal was zu produzieren wo man mich zuletzt gesehen hat neben hier Splitternehmigung war auf dem beim Zeitiger auf dem Kanal der hat auch einen Twitch-Kanal und auch einen YouTube-Kanal da haben wir Wesen gespielt ein angelehnt an wie die Grimm-Serie kann man sich das vorstellen man ist jemand der übernatürliche Wesen sehen kann und dann Konflikte mit übernatürlichen Wesen ja lösen muss die ist jetzt durchgelaufen das letzte Winterabenteuer da habe ich mitgespielt und ansonsten würde ich ein bisschen Werbung machen für eine Live-Rollenspiel-Convention die allerdings erst im August stattfindet aber da bin ich Spielleitung nicht Spielleitung bin ich im Orga-Team die TraumCon in Hagen hier in NRW wird die stattfinden im ersten August Wochenende ich schicke euch mal den Link ins hier in Twitch und wird eventuell auf dem Koalys-Kanal auch nochmal für Werbung schalten oder wenn ihr auf anderen Kanälen unterwegs seid da könnt ihr dann mich mal live treffen und auch viele kleine Pen-and-Paper One-Shots spielen gibt es ein paar Lass lasst euch überraschen was so angeboten wird aber da ist doch Wacken ja tja sad face vielleicht klappt es ja dann nächstes ja Kako wie ist es denn das läuft das läuft denn bei dir so Tude dann würde ich sagen guckt ihr da überall mal rein und so natürlich und hinterlasst da ganz viel Liebe und wir raiden jetzt gleich Mr. Jagger der spielt Call of the Cthulhu Horror und ja dann lasst ihr bitte auch irgendwie netten Gruß da benehmt euch und so und wir sehen uns in dieser Konstellation wieder in zwei Wochen hoffentlich wenn alle gesund und munter bleiben macht es gut tschüss 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 oh schade schon vorbei alles aber du könntest dir auch andere Sachen anschauen zum Beispiel das da oder das da mach das mal tschüss